bald oder halt nur drei Balken was sie genug Power Leute hast du gerade gesehen ja ich gucke automatisch zu hier sind ja vier zu sieben kräftigen sollte man tipp geben bei der März einfach genau drei geradeaus drei ja genau drei ja genau drei doch nein ich hatte auch genau drei geradeaus und das ist bei der Map immer so schieten ich habe ja komm die doch naja immerhin du hast du selbst oder du warst leicht schief aber auf jeden Fall ist die Massen glaube ich eher das passiert ist so genau weiter die Arbeiter weiter 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 super jetzt über den Hügel rüber nur schafft er natürlich nicht wie solltest du denn gefragt Schatzi wie solltest du denn gefragt Schatzi sag mal bleibst du auch mal stehen oh endlich ich würde nicht zu viel geben und perfekt sag ich ja auch hier auch was war hier nochmal ich glaube es war uns so hatte ich das Nico cheatet alter gibt es ja nicht er hat sich bringen dürfen wer es zu näher mach mal so ungefähr 1 4 1 5 oder 1 3 war das so und 20 fest scheiße auch kommen wenn du das nicht hüpfen dann rollst du ja noch länger ich mach's so und sagt oh es gibt's nicht ok jetzt würde ich dir 2 m ab 2 4 direkt auf die Fahne ich mach mal so eigentlich schon was das war noch nicht mal 2 das ist doch eigentlich so wie das Golf auf der V oder Scheiße bei er verdammt wie heißt das die Spots ja genau nach und mehr wir wollen ja auch abschätzen jetzt jetzt die jetzt die Art als vom Prinzip ist es eigentlich dass selbe aber auch nicht machte mehr Spaß sie glaube also ich kann gleich vor Ort fand ich auch vor allem und niemanden spielen was ist so gut nö aber trotzdem nö aber trotzdem was was ich springe gerade vorbei ja ich bin auch übergeflogen scheiße jetzt weil jetzt schaffe ich es nicht mal ey es reicht jetzt ja wo ist das Ziel alt dein Ernst weiter 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 schädig verballert also brauchen Pazifilien ich würde nicht zu wenig aber wenn du weniger machen kannst du kannst ja noch springen das heißt oder was ich habe es geschafft oder werden doch ich habe auch ziemlich viele verballert weil ich wollte rein springen aber es nicht klappt auch das ist das ist schrecklich aber weiß ja auch noch nicht genau nein 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 eigentlich stimmt da ist klar Drei Schläge Ich weiß, ich hing da um die Ecke Auf dieser Bande, das war voll komisch Oh, jetzt, oh, die Power weiß ich noch nicht Aber auf jeden Fall Die mittlere Ding Du musst genau ganz links Von der geraden Fläche da hinschießen Warte, ich kann es dir mal zeigen Dann fliegst du Das war zu viel Power Okay, warte mal, nämlich mal so Oh, ne ganz links, das ist jetzt, loo Was hast du denn gemacht? Ich bin zurück wieder volle Kanüle gegen den ersten und durch den ersten hierhin gekommen Auch gut Mal, er hat dieses Loch Mag ich nicht Weiter, weiter, weiter Oh, schade Oh, das ist so höch Yes Aber die Wolken liegen voll tief, ne? Bei dem Puzzle, ist dir das mal aufgefallen? Bei wem? Bei dem Puzzle, die Wolken Die sind richtig tief Oh, das wird so schwer Ja, schon wieder, wie ist es vorhin auch passiert Ich auch Ich bin stolz Das wird ein Spaß Ja Dann geht es Wieso? Du hast mich geschubbt Oh, ja, ich vergesse immer, dass man springen kann Was? Ja, was? Oh man Jetzt Anja hat, äh Sonntag sturmfrei, weil Flip ja nicht da ist Ich weiß Oh man, jetzt stehe ich nicht mehr richtig Oh Gott, ey Loll Freut sie sich gerade so sehr darüber, oder was? Nein, sehr geschämt Ähm, ich hab's auch verstoßen Er fährt mit Bekannten in Hansa Park Und sag ich Ja, ich war jetzt mit Elon Colin Und So richtig Sarkastisch Weißt ja mehr als ich Na So nach dem Motto Ach Oh, Dramatik pur, ey Ja, wieder dieses Thema man erzählt Nein, nein, nein Oh Nein Nein, oh Gott Das ist so eine Strecke, du kannst einfach, wenn du runtergefallen bist Da hinten lang Nur nicht zu viel, sonst sollst du mir nur nicht so wie ich, ne Okay Versuch mal Weiter, 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 nein Oh, Gott, die Jesus Hätt ich doch mehr Power gegeben Ja, das ist Ja, du kannst mit Linkslead auch im Wasser springen, ne Oh Soll ich meinen Trick verraten Und ich verfeil Na ja Hui Oh, loll, es ist nicht Ah, ich danke Scheiße Nein, oh Mann Komm, komm hoch, du musst nur da hoch, komm Los, brauner Hoch Nein Nein Äh Was ist? Mhm Wieso? Äh Was ich Was? Mhm Okay. aber ich hatte erst Sprung nicht mehr müssen jetzt mal Martellar ich würde mich von der Portia genau vorliegen das da musst du ungefähr dann schießen werden die Bande das wenn das Ding wenn jetzt so bis zur Weile rechts wenn das Recht es ganz unten ist und so wieder hoch geht dann schießt du rüber so wie jetzt wir waren schon ein Tick zu spät nein nein das war ein Tick zu früh du kannst aber auch springen ach ja stimmt hier aber überschätzt das nicht so jetzt aber und jetzt Rainer hallo jetzt sehr schön boah nochmal 5 zu 10 gut Beste lol alles klar das war einfach nur so und ich hab's geschafft ach fuck ich hab meinen Sprung gefällt das war richtig lang ich hab einfach mal just for fun da hingeschossen und bin da rüber gesprungen okay ok mach muss du zu waaas machen wir uns zu was immer noch so alles klar 8 9 8 schon wie das ist doch doof ach man ey es ist einst du sie mit markt mich echt nicht er hat sie genau das gleiche wie dir nein er warst mir nach ich glaube ich stehe gut ne na los hä was ist denn jetzt passiert oh lol ich hab dich ein bisschen geschützt ja ja nächsten Unterschied den Unterschied mit dem Kuchen und Stutt ganz mit der Lerbe an und ausmachen mehr schaffe ich so mann gibt es ja nicht so haben wir beide bisher verkorkt und beide zwölf um mannen ich versuche mal wieder meinen Trick nein oh schade weil es hier ein bisschen dunkler drin ist dann leuchtet der Ball so jetzt aber nun gewonnen hat man zu machen und vorliegen jetzt zack es ist ein mehr gewottelst du mehr dafür bei der Einbahn nur zwei Spiele mach volle Pulle auf die Schräge ja das kam zu spät ja was mit Pia ja Kaka ja ich habe das Bild wer ist ja fast in der Vase gelandet auch die doch nicht ich habe gerade zwei Schläge verschenkt wenn du musst auf die rechte Schräge ja rechte Schräge und dann so Prozent er hat das tun mit dich von dem tun oder 3 2 4 2 Drittel was von die volle Pulle aber so ja volle Pulle und dann die gleiche